Hallo und herzlich willkommen zu Slender. In diesem Spiel geht es darum, acht Seiten zu finden. Und ich denke, das ist eine machbare Aufgabe. Darum werde ich einfach mal versuchen, den Slender zu bewältigen und zu schnappen. Oh, ich hab jetzt schon wieder Schiss vor diesem scheiß Lender, ey. Plane. Slender. Die Hate Pages. Ja. Ich muss gerade dazu sagen, ich hab mein ganzes Zimmer verdunkelt, bis zum Gehtnichtmehr. Damit es hier jetzt so schön dunkel ist. So, dann wollen wir jetzt mal losgehen. Ich muss echt sagen, ich hab einen heilen Respekt vor diesem verdammten Spiel. Ey, ich kann das nicht oft genug sagen. Ich hasse dieses Spiel. Dennoch, äh, ja, und mein erstes Let's Play. Oh, meine Güte. Der schrecklichste Teil kommt erst gleich. Oh, meine Güte. Um den Baum laufen. Um den Baum herum. Help me. Du auch gerne doch. Ja, und jetzt fängt der Spaß an. Wir werden zum Gejagden. Ich weiß jetzt schon, dass ich am Ende wahrscheinlich wieder tot umkippe. Meine Pumpe. Die pumpen schon wieder das Blut durch den Körper. Ich glaube, ich kippe gleich um. Oh nein, da fängt es schon wieder an, dem zu spacken. Öltanks. What the fuck? Scheiße. Nein. Fuck. Scheiße. Ich drück auf den Falk-Tasten rum. Alter, was hab ich dem getan? Meine Fresse. So. Okay. Oh meine Güte. Hab ich mich erschrocken. Und weil ich jetzt so dumm bin, geh ich einfach wieder zur gleichen Stelle und mir dieses verdammte Zettel gedötzt zu holen. Und da vorne ist der Zettel. Und Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber der schlimmste Part in diesem verdammten Spiel ist es... Leave me alone. Ist es verdammt nochmal, in das Haus zu gehen, wo ich jetzt eingehe? Ich muss dazu echt sagen, das Schlimmste dort gestabbt zu werden. Oh nein! Bleib weg, Alter! Such dir Freunde, Mann! Später kommt heraus, dass sie mir in Wirklichkeit bloß meine Berichttasche zu übergeben möchte, die ich verloren habe. Ein Stuhl. Dreck. Ein Buck. Hübscher Buck. Oh, ich hab Schiss hier gleich zu gehen, jetzt ohne Rissen. Oh, ey. Ja, gleich mal wieder raus da. Draußen und umgedreht. Oh, schwarz. Oh, ein umgedrehter Stuhl. Und ich weiß ja nicht, was das ist, aber dieses Klopfen im Hintergrund, das ist auch noch schlimm. Auch kein Zettel. Bis jetzt bin ich ganz gut davon gekommen, dass ich hier nicht umgeschnappt wurde. Achtung, ist er da? Nein, ist er nicht. Eins, zwei, drei. Aha, Slendy, du hasst mich nicht. Du hasst mich nicht. Du bist ein Lappen. Du bist ein Lappen, Slenderman. Oh, ich hab dich besiegt. Oh, ich hab dich besiegt. Nein, hab ich nicht. Noch nicht. Und die dritte... ... 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